Nun bin ich ja, ich bin ja mehr ein Typ für Antworten. Ihr kennt mich natürlich. Und meine berühmteste Antwort hab ich schon vor 30 Jahren gegeben. Falls der eine oder andere die noch kennt, kann er gerne mitsingen. Ich konnte gerade lesen, da kam ich auch schon drauf. Fast alles ist heute eingepackt, man kriegt es sehr schlecht auf. Jetzt steh ich hier am Bürstchenstand und schwitze, weil ich kämpf. Mit einer kleinen Tube drin ist Senf. Und drauf steht, sie müssen nur und schon geht die Tube auf. An der Autobahnraststätte, da hatte ich großen Durst. Es gab nur Automaten, doch das von mir ganz Wurst. Ich drückte auf zwei Knöpfe, da war ich auch schon nass. Halb voll Cola und halb voll Bier. Von was kam eine rote Lampe raus auf der Stadt? Mensch, sie müssen nur den Kippel und die Masche ziehen. Und wenn ihr keine Probe ganz nach oben dreht, dann steigen wir alle wieder raus. Und schon kommt da unten Kaffee raus. Ich musste mal ins Krankenhaus, mein Blinddamm war defekt. Die Narkose hat mich so gewirkt, da hab ich erschreckt mich erschreckt. Und wie kriegen wir denn sie bloß auf, hat der Chef hat mich gefragt. Nichts einfacher als das hab ich gesagt. Sie müssen nur den Kippel und die Masche ziehen. Und wenn wir keine Probe ganz nach oben schreien, dann steigen wir alle wieder raus. Schon geht der Bauchternauf. Wollt ihr das Lied nicht ganz zu Ende singen? Ihr seid ja wahnsinnig. Ich bin mal irre. Ich brauch ja nur noch Gitarre zu spielen. Super. Leute, ich hab dieses Lied natürlich weltweit gesungen. In allen möglichen Ländern dieser Erde. Zum Beispiel in Österreich. Anstatt dass sie jetzt sagt, oh, in Österreich. Oder in der Schweiz. Ich kann sie gut zwischen echt und falsch unterscheiden. Zuwählig ein Schweizer hier heute Abend. Schweizer? Keiner? Gut, dann kann ich keine Schweizer Stoffe singen. Ich fahr öfters in die Schweiz. Ich mache Urlaub da. Da mach ich auch viele Fotos mit meiner Kamera. Auf einmal wollte ich mit drauf. Das war sehr interessant. Ich gab das Ding einem Schweizer in die Hand. Der sagte, ich labbe muss das Nipp, die doch das Läschle zähm. Und an dem kleinen Schnürli die Entfernung zähm. Ich bin gewiss kein Nüli. Da kenn ich mich aus. Da kommt da unten gleich ein Vögli das. Ich fahr auch gern nach London, denn da liegt niemals Schnee. Die haben dort n Tower to melt the snow away. Ich frag den Tower-Wächter, wie die Maschine geht. Der zeigte mir ein Schild und darauf steht. First, you got to pull the nipples through the flap. And with a little key, you simply screw it back. Then an arrow will appear. You press it, that's okay. And all the naughty snow will melt away. Und dort flog ich im Flugzeug. Da fiel der Motor aus. Zum Glück trug ich einen Fallschirm und kam auch ganz gut raus. Draußen wollte ich ihn öffnen. Hab die Schnurr schon in der Hand. Das voll entsetzt las ich, was darauf stand. Und was stand da wohl? Sie müssen nur den Himmel durch die Tasche ziehen. Und in der Zeit eine Probe kannst du mal proben. Ich wollte es gerade tun, da schlug ich auf. Dass ich das nicht überlebt hab, wird jeder wohl verstehen. Jetzt steh ich hier vom Himmelstor, kann kein Menschen sehen. Komm, lass mich rein, ihr Engels. Steh ich und hob dem Bild. Da sah ich an der Tür das goldene Schild. Und drauf stand. Sie müssen nur den Nippel durch die Tasche ziehen. Und mit der kleinen Kurbel ganz nach oben drehen. Da erscheint sofort ein Pfeil. Und da drücken sie dann drauf. Und schon ist die Himmelverterung.